So, weiter geht's mit Heidelblade. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, in die Richtung des Feuers zu gehen, oder nicht. Das ist nicht so, wie Dillian. Was ist passiert? Nö, aber wer ist das? Ihr seid doch scheiße, hört auf damit. Oh Mann. Also da haben wir ein Schild. Das war das, wo wir vorher hätten angezündet. Dann sind wir nach rechts gegangen. Ne. Das Schild ist anders. Da waren wir vorher. Dann gehen wir noch ein nach rechts, weil das sieht jetzt nicht so aus wie vorher. Ich mag sowas nicht. Ich dachte, das ist nicht so ein Scary Spiel. So, da ist ne Fackel, glaube ich. Hier ist das Gitter. Von der anderen Seite. Da ist die Rune. Hm? Tja Kann ich jetzt hier öffnen? Oh, jetzt kommen komische Geräusche noch dazu Noch mehr Alter, das wird ja langsam echt unheimlich, ja Okay, da komme ich nicht längs Aber das war die Rune, die ich von der anderen Seite gesehen hatte So, ich will doch gar keine Toten wecken So, gehen wir nochmal da hinten hin zurück Das war ja die Seite, wo ich vorher nicht hingehen konnte Da muss ja irgendwas sein Irgendwas habe ich übersehen Das Ding kenne ich ja Ist ja irgendwo was Nö Super Grafik, Paxe, das sind ja noch da Und die Kamera, die lässt sich jedes Mal, wenn ich hier so ein bisschen rumstelle Dann will sie sich jedes Mal wieder zurückstellen Das ist ein bisschen ärgerlich Okay, da kann ich auch nicht längs Aber ist hier vielleicht irgendwo eine Fackel Die ich anzünden kann Da ist das Schwert Oder was ist das hier? Sanua, du hast gar kein Schwert Also ich hätte sogar das Verrostete genommen Sind genug da Oh Lass dann das Fässchen brennen So, das Stück hatten wir doch schon Kann ich da was anmachen? Naja, die Kohlenpfanne will auch nicht Keine Lust, die Kohlenpfanne Auch nicht So, ich war auf der anderen Seite Okay, gut Ich dachte eigentlich, ich bin auf der richtigen Seite Ich hab die Rune aktiviert Ich weiß jetzt von der Geschichte weiter Und ja, es ist gefährlich So, jetzt gehen wir rechts einfach Ach du Scheiße Okay Oh, Senua Oh, nochmal da um die Ecke gucken Schnell Oh Das ist aber nicht nett von Dillian Weil Dillian macht mir auch Angst Danke Haha Haha Father I'm leaving I've decided I think it will be good for me It's the darkness It's speaking through No, Dad, it's me I think I can beat it In my own way I can see the darkness in your eyes, child I met a boy Boy? A chief himself No He said he could help me It's a trick He said it could be normal Normal? Yes No boy Is going to save you No one can When they see the rot Growing inside you No They will turn their back on you The gods can only fix you through my hand You're going nowhere No You will not defy the gods Come child, take my hand Come You cannot escape the darkness Your curse will make everyone suffer You will have blood on your hands Gut, das hat sich entschieden So, jetzt haben wir die eine Aufgabe gemacht Jetzt müssen wir zum nächsten Das ist ein You did it But there's more There's more You're tired You have to keep going There's still more There's always more to do It's not going to be easy Death for Sigmund and his brothers seems certain But the king's wife is Sigmund's sister And she begs for mercy And implores the king to chain them up instead He agrees Not for mercy though But because he plans an even more cruel and lingering death I'll tell her Chained to a tree in the forest that night A she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers She returns, ravenous, night after night Until only Sigmund is left The next day Sigmund's sister sends a serpent with honey To smear on Sigmund's face But to what end Well That night When the she-wolf appears again You'll never guess what happens Hmm Also ich muss Muss ja auch die Runen Dinger hier Einmal kurz abklappern Und dann muss ich leider Daran stehen bleiben Oh Was ist das mit dem Piep tun? Hmm As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face He bites the wolf's tongue The she-wolf pulls away But Sigmund holds on The chains break And he is free After his escape Sigmund lives like us Hidden in the forest His enemy King Sigir Believing him dead As his sister Plots revenge Und um die Vengeance zu erfolgen, braucht sogar die große Sigmund Hilfe. Sie sendet ihre Sohne zu ihm. Aber ihre Blut ist weich und korrupt und sie sind von Sigmund zu sterben. So hat ihre Sohne einen neuen Plan. Einen, der kaltes Herz und kaltes Blut ist. So, wir haben den einen ja auf der einen Seite, haben wir ja gemacht. Ich gehe jetzt hier einmal kurz nur gucken, ob hier nicht vielleicht auch irgendwo noch eine Rune war, die ich vorher nicht gesehen habe. Dieses Schwertteil... Ist glaube ich egal, welche Situation oder wann ich das mache, oder? Wie ich erzählt habe... Wie ich erzählt habe... Wie ich erzählt habe... Für diesen Grund... Ich gebe mein Leben... Und passere meine Storien der Norden an dir, Senua. Wo bin ich? Ach du Scheiße... Wer ist da? Kannst du mich hören? Debbie... Ich bin gerade hier. Kannst du mich sehen? Nein. Hilf mir. Es ist die Schmerzen. Bleib still. Es ist die Schmerzen. Das ist die Schmerzen. Es ist die Schmerzen. Findest du hier? Ich versuche, woher kommt. Die Schmerzen erst kommen. Ja, sie sind. Ich bin noch hier. Es ist so kalt und so tief. Es ist gut. Hey, listen to your own breath. Oh. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Nett. Also ich kann hier durch jetzt was Dunkles laufen. Ich glaube, davor fürchtet sich, glaube ich, jeder mal irgendwo eingesperrt zu sein, wo alles dunkel ist, oder? Das erinnert so an Sarg- und Totenatmosphäre. Deswegen machen wir der nächsten Folge weiter.